Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCat 7. Hallo willkommen zurück. Der Nutzer Matthias hatte mir einen Kommentar geschrieben und zwar hat er ein Problem mit dem wiederholten Einfügen von Elementen. Ich zeige das mal hier, ich mache mal den Schaltplan auf. Ich hatte ja gezeigt, wenn ich jetzt hier die Taste A drücke, dass ich meine Bibliothek laden kann, kann jetzt hier Bauelemente einfügen, nehmen wir hier einfach mal einen Widerstand, kann den einfügen und wenn ich jetzt hier auf die Einfüge-Taste oder im englischen Insert-Taste drücke, wird das hier immer wieder wiederholt. Das funktioniert bei ihm nicht, er hat einen Mac-Rechner. Vielleicht liegt das daran, dass dieser Shortcut dort noch nicht konfiguriert ist. Ich gehe mal hier auf Abbrechen und wie können wir das jetzt hier beheben, zumindest versuchen. Dazu gehen wir hier oben mal auf Einstellungen. Hier Einstellungen, das geht in jedem Programmabschnitt, geht auch vom Startbildschirm aus. Ich mache mal hier Verwerfen, auch hier komme ich jetzt zu diesen Einstellungen oder ich drücke ganz einfach die Tastenkombination, Steuerung und Komma und dann bin ich hier in den Einstellungen drin. Ich mache das mal hier ein bisschen größer und da sehen wir hier oben die Tastaturbefehle. In diesen Tastaturbefehlen kann ich jetzt hier oben filtern. Ich kann die hier sortieren, wie ich das vom Explorer gewöhnt bin, nach aufsteigend, absteigend entsprechend hier sortieren und jetzt gebe ich mal hier oben ein INS für Insert. Also nicht Einfügen, sondern Insert und da haben wir eben hier im Schaltplan Editor, im Leiterplatten Editor ist das Insert das Erstellen eines Eckpunktes und hier unten haben wir eben hier mit Insert oder eben im deutschen Einfügen das Hinzufügen von Elementen und ich kann das jetzt hier, wie könnte ich jetzt eingehen? Ich mache hier einen Doppelklick drauf und hier steht es dann schon neue Tastenkombination drücken oder Escape drücken, um abzubrechen und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die Taste K drücke, die schon vergeben ist, dann erhalte ich diese Meldung, ist bereits mit etwas verbunden, kann also jetzt hier so nicht genutzt werden. Ich kann das jetzt überschreiben, also wenn ich jetzt ja klicken würde, hätte ich dann hier in dem Fall das Bus abschließen im Leiterplatten Editor nicht mehr, aber dafür eben das wiederholte Einfügen mit der Taste K im Schaltplan Editor, ich sage mal hier nein, muss man unter Umständen ausprobieren, die Tastaturkombinationen, die schon vergeben sind, kriegt man dann angemahnt. Ich mache jetzt mal hier ein STRG K, muss natürlich hier wieder ein Doppelklick drauf machen, STRG K. Da haben wir jetzt hier auch diese ist bereits vergeben, die möchte ich jetzt aber mal ändern, weil ich die vorher schon beim Ausprobieren vergeben habe, sage ich jetzt einfach mal ja, bei euch sollte die noch nicht vergeben sein und dann hätte ich jetzt hier also mit STRG K das letzte Element wiederholen entsprechend angepasst oder eben überschrieben und müsste jetzt in Zukunft nicht mehr einfügen drücken, sondern STRG K, wenn ich hier Elemente einfügen möchte. Machen wir mal OK, testen wir es mal aus, ich gehe mal hier auf den Schaltplan, drücke meine Taste A und da gehen wir mal hier rein, nehmen wir wieder unseren Widerstand, sagen OK und jetzt sage ich hier STRG K. Warum übernimmt er das nicht? Bei mir übernimmt er jetzt hier wieder das Einfügen. Interessanterweise machen wir nochmal STRG K, geht so nicht. Dann machen wir das hier mal zu, wir sagen mal speichern, schließen nochmal unseren Editor, machen das Ganze nochmal auf. Reboot tut gut, sagt ja ein altes Sprichwort, probieren wir es jetzt nochmal aus. Also Taste A anwählen, laden wir nochmal die Bibliotheken, dann geben wir unseren Widerstand, sagen OK, den fügen wir jetzt hier ein. Jetzt machen wir hier mal, jetzt hat es funktioniert, also nach dem Neustart hat es funktioniert. Wir sehen jetzt, wenn ich jetzt hier STRG K drücke, dann wird das so erledigt. Gehen wir nochmal hier oben rein, verifizieren wir es nochmal in die andere Richtung, Tastaturbefehle, dann geben wir hier mal im Schaltplan Editor. Ihr seht, hier sind auch mit diesen kleinen Dreiecken schon die einzelnen Abschnitte segmentiert, also die Befehle, die das zu den einzelnen Programmabschnitten benutzt werden, die werden hier entsprechend schon dargestellt. So, dann gehen wir mal hier rein. Irgendwo sollte jetzt hier STRG K sein, genau, letztes Element wiederholen, STRG K, machen wir mal einen Doppelklick drauf, gehen wir mal wieder auf Einfügen, so wie es vorher war, auf 1. Dann sagen wir jetzt hier OK. Jetzt machen wir mal hier Einfügen. Ah, jetzt hat er es interessanterweise schon übernommen. Jetzt geht STRG K hier nicht mehr. Das ist interessant. Also da ist kein Neustart vonnöten. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen im Programm unterschiedlich hinterlegt. Warum das jetzt liegt, kann ich so nicht sagen. Also STRG K geht jetzt nicht mehr. Es funktioniert jetzt hier das Einfügen. Da brauche ich keinen Neustart machen. Da also mal aufpassen. Im Zweifel mal das Programm neu starten, dass es übernommen wird. Ja, interessant. Auch wahrscheinlich noch ein bisschen buggy hier, dass einfach in Einfügen direkt übernommen wird, während das STRG K hier erst einen Neustart erforderte. Na gut, aber es funktioniert. So könntet ihr euch jetzt hier Schalttastaturkombinationen vorgeben, die ihr dann benutzen könnt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bleibt gesund und...